Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Untersuchungsausschuss soll neue Korruptionsverwürfe am BER klären. Kinderärzte warnen, keine masernkranken Kinder in die Öffentlichkeit mitnehmen. Und das Wetter bis Sonntag bleibt es freundlich. Danach steigt die Schauerneigung. Und damit herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Freitag, den 27. Februar. Der jüngste Korruptionsfall am Berliner Hauptstadtflughafen BER wird den Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses beschäftigen. Das kündigte sein Vorsitzender Martin Delius von der Piratenpartei am Freitag in einem Radiointerview an. Vor allem werde der Ausschuss sich mit den Bereichsleitern des Flughafens und dem Unternehmen Imtech befassen. Seit Dezember ermittelt die Staatsanwaltschaft in Neuruppin wegen des Verdachtes der Bestechung und Bestechlichkeit im besonders schweren Fall gegen einen früheren Bereichsleiter des Flughafens. Betroffen sind auch vier frühere leidende Mitarbeiter. Vollsperrung der A100. In den Nächten vom 2. zum 3., vom 3. zum 4. und vom 5. zum 6. März kommt es auf der A100 zu Vollsperrung. Die Verkehrsverwaltung führt hier Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durch. So werden in der Nacht vom 2. bis zum 3. März zwischen 21 Uhr und 5 Uhr morgens beide Fahrtrichtungen zwischen der Anschlussstelle Gradestraße und Buschkrugallee voll gesperrt. Zusätzlich gesperrt sind auch die Zufahrten zur Autobahn nördlich und südlich. In der Nacht vom 3. auf den 4. März wird die Fahrtrichtung süd zwischen Gradestraße und Buschkrugallee gesperrt. Eine Nacht später betrifft die Sperrung die nördliche Fahrtrichtung. Alle Ein- und Ausfahrten zwischen den jeweiligen Anschlussstellen sind zu den oben genannten Terminen gesperrt. Aus organisatorischen Gründen wird ab 20 Uhr mit den Absperrmaßnahmen einiger Zufahrten begonnen. Die Umleitungsstrecken sind aber ausgeschüttet. Erste Flüchtlingsbilanz. Berlin hat im vergangenen Jahr mehr als 12.200 Asylbewerber aufgenommen. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Antwort der Sozialverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage hervor. Die meisten Asylsuchenden, mehr als 2.200, kamen demnach im Dezember in die Hauptstadt. Auffällig fiel aber auch in Spätsommer und im Herbst. Die meisten Flüchtlinge stammen aus dem Bürgerkriegsland Syrien, aus Serbien oder Bosnien-Herzegowina. Für 2015 rechnet die Sozialverwaltung mit einem weiteren Anstieg der Asylbewerberzahlen auf rund 15.000. Warnungen der Kinderärzte. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte schlägt wegen der starken Masernwelle in Berlin Alarm. Er rät Eltern davon ab, mit Säuglingen in Berlin in die Öffentlichkeit zu gehen. Die Ansteckungsgefahr sei im Moment zu groß. Für Säuglinge, die Masern bekommen, bestehe das Risiko, an einer chronischen Masern-Gehirnhautentzündung zu erkranken. Auch wenn diese Fälle sehr selten seien, führe die Komplikation später immer zum Tode, sagte ein Sprecher. Nach den jüngsten Daten des Berliner Landesamts für Gesundheit und Soziales vom Freitag sind seit dem Beginn des Ausbruchs im Oktober 54 Kinder unter einem Jahr an Masern erkrankt. Insgesamt gab es in allen Altersgruppen mehr als 630 gemeldete Fälle. Aufruf zum Warnstreik. Die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi wird die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder ab der kommenden Woche zu Warnstreiks aufrufen. In der zweiten Runde der Verhandlung mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder am Donnerstag und Freitag hatte es keine substanzielle Annäherung gegeben. Verdi fordert unter anderem für die 800.000 Tarifbeschäftigten der meisten Länder eine Entgelterhöhung von 5,5 Prozent, mindestens aber 175 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten und unter anderem die verbindliche Übernahme der Azubi. Bürgerbeteiligung vor Ort. Die Ergebnisse des städtebaulichen Ideenwettbewerbs für die Michelangelo-Straße in Pankow sind seit Freitag öffentlich ausgestellt. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, das Bezirksamt Pankow, der Liegenschaftsfonds, die Wohnungsbaugenossenschaft Zentrum und weitere Gesellschaften hatten für das 30 Hektar große Areal einen städtebaulichen Ideenwettbewerb ausgelobt, der im Dezember 2014 entschieden wurde. Noch bis 13. März können sich die Interessierten die Ausstellung im ehemaligen Kundencenter der Berliner Sparkasse in der Kreisfalder Straße täglich zwischen 12 und 19 Uhr ansehen. Anfang April soll es dann eine Bürgerversammlung geben, wo die Vorschläge diskutiert werden sollen. Ja und damit sind wir auch schon bei den Wetteraussichten. In der Nacht zu Samstag kommt leichter Regen auf, das Quecksilber sinkt auf 5 Grad. Am Samstag selbst setzt sich der leichte Regen bis zum Mittag fort, danach kommt aber wieder die Sonne heraus, das Quecksilber klettert auf bis zu 7 Grad. Und der Blick auf die kommenden Tage, Sonntag fällt sprichwörtlich ins Wasser, den ganzen Tag über begleitet uns leichter Regen, die Werte piegeln sich bei 6 Grad ein. Auch Montag und Dienstag bleibt eine leichte Schauerneigung, bei Werten zwischen 5 und 7 Grad bleibt es dennoch recht mild. Ja und das waren Sie die TV Berlin Nachrichten für heute, Ihnen noch ein schönes Wochenende.